Und da sind wir wieder bei Let's Play Ultimate Spider-Man. Ähm, ich hab mein Headset wieder hinbekommen und deswegen kann ich jetzt noch weitermachen und zwar in Chapter 2. Ja, ähm... Er ist durch, äh, ähm, Berichte, er ist durch unsere erste Linie gebrochen, aber, äh... Wir haben die Plasma-Geschütztürme aufgestellt. Er wird nicht weit kommen, Boss. Äh, achtet darauf, dass er das nicht schafft. Und, äh, nennen sie mich nicht Boss. Okay. Da muss eine Decke, da können wir dran kleben. Ui. Ja, ich habe... Hunger und deswegen presse ich den jetzt. Nein, ich habe mein hundertstes Video hochgeladen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und das habe ich zusammen mit meinem lieben Herrn Cousin aufgenommen. Boah, Alter. Du kriegst so aufs Maul. So. Ähm, ja. Und, äh, ich weiß nicht. Es war eigentlich eine relativ spontane Eingebung. Und, äh... Ja, ich weiß noch nicht. In dem Museum? Das ist cool. Aua. Das ist mies. Aber ich kriege die kaputt. Okay, das ist gut. Ach, Gott. Ähm, ja. Wie gesagt. Eine relativ spontane Geschichte. War nur so eine Idee, das mal aufzunehmen. Hm, hm, hm. Jo, ist lustig. Alter. Irgendwie sind wir sowas beim kurz drauf abkratzen. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Irgendwie sterbe ich eigentlich mit Venom nie, aber... Oh. So. So sieht das doch schon ein bisschen besser aus. Diese Plasma-Türme sind absolut scheiße. Sie... Sie kotzen mich gerade an. Boah, Alter. Boah, bist du scheiße. Oh, Gott, ey. Ach, okay. Das ist schon ein bisschen besser. Ja, ähm. Gibt's sonst noch was zu erzählen? Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte hoch. Das weiß ich. Ach so. Hier sind wir hergekommen. Auch schon. Ähm. Hm. Gehst du da bitte hoch? Nix. Extrem spannend. Ja, ähm. Das ist das eine. Dann habe ich meinen Hauptkanal. Oh. Da stand ein paar Sanden rum. Und du kommst mir gerade recht. Denn Venom hat Hunger. Mumphi, Mumphi. Hier durch. Ähm. Ja, ich habe meinen Hauptkanal mal wieder, ich sage mal, aktualisiert. Ähm. Was heißt, ich habe ein neues Video hochgeladen und werde demnächst hoffentlich auch mehr Videos da hochladen. Sag mal. Ja. Ich habe es geschafft, einen Klassanturm zu zerstören, ohne mich dabei selbst zu verletzen. Das ist gut. Ähm. Ja, mein Headset habe ich wieder gelötet. Was wollte ich sonst noch erzählen? Es ist scheiße warm. Da ist ein Laser. Also es ist wirklich scheiße warm und ich untertreibe jetzt nicht. Jo. Ähm. Wir haben bei uns hier in der Gegend Geschütztürme rumstehen, die mir gerade die Luft aus den Angeln nehmen. Nein. Alter. Toll. Super. Geschütztürme sucken. Den brauchen wir nicht, oder? Den brauchen wir nicht. Du bist so doof, Ender, ey. Ganz ehrlich. Ja, leck mich. Oh, Sekunde. Da wollte ich hin. Also reindaufen macht die Scheiben auch kaputt. Oh, wir können die Scheiben kaputt machen. Ah. Wieder. Hab den noch. Und die Wand haben wir kaputt. Momentchen. Da war ein Glas, das wollte ich noch kaputt machen. Bam. Das geht nicht kaputt. Warte, ne Verarsche. Aber der geht kaputt. Und du gehst jetzt auch kaputt. Und zwar richtig kaputt. Ähm. Hm. Yay. Ich bin trotzdem gestorben. Noch geschafft. Warum werde ich den getroffen, wenn ich den kaputt gehauen hab? Hm. Dumm, dumm, dumm. Hm. Kennen wir alles noch gar nicht. Also, Wendm nimmt erstaunlich wenig Schaden. Das kennen wir. Können wir auch nicht kaputt machen. Ähm. Dafür kommt halt diese Sache dazu, dass er irgendwann umkippt. Nicht, weil er kein Leben mehr hat, richtig. Sondern, ja. Er hat halt keine richtige Lebensmauste. Ähm. 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 Oh, warum ist er denn hochgesprungen? Na. Und spring. Kommt keine Kugel. Auch gut. Super kaputt, Dorn. Da war ne Geisel. Und Feed Ach, jetzt kann ich das alles juckt Ja, scheiß Schwulenhitze Schwulen, schwulenhitze Schwule Luft hier drin, sprach meine Physiklehrerin Au, Rotergefühl Danke Komisch, wenn ich also springe, kann ich denn So geht's auch Ach Gott, ey Ich bin schon wieder so kurz vorm Abkacken, ey Ach Mann, den hätte ich ganz fressen können Verdammt Nicht gut Feed 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 Und das hätten wir kaputt machen können Wir springen jetzt einfach von Seite zu Seite und treffen dann diese Geschütztürme Mann, den wollte ich gar nicht kaputt haben Ich denke mal, hier müsste gleich der Laser kommen So, den Mampfen wir auch Hier sind ganz schön viele von denen unterwegs Ach komm, den können wir da stehen lassen Da ist nicht der Laser So machen wir das Ich möchte jetzt nicht nochmal sterben Ja, 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 ja Boah Ja, ich war am Wochenende Ich möchte jetzt einfach irgendwas erzählen Jetzt erzähle ich einfach was aus meinem Leben Ich war am Wochenende auf einem Festival In der Nähe von Hagen Da haben extra breit gespielt Das war ganz nett Ich hätte nicht gedacht, dass die noch Ich meine, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre im Geschäft Trotzdem noch so gute Musik machen So live und so Aber War eigentlich ganz nette Stimmung da Ja, hurra, hurra, die Schule brennt und so Ja Ansonsten, genau Wegen meinem anderen Kanal Ihr dürft dann natürlich gerne mal vorbeigucken Ähm Ist vielleicht nicht was für jeden dabei Ist mehr so Im Moment sind nur Live-Videos hochgeladen Ähm Von Konzerten Von MPS Also Spektakelum Also Mittelalter-Festival Ähm Danke Gehen wir hier mal runter Roter Laser Also muss ich wohl wahrscheinlich hier runter Wie ich das erkannt hab Ey cool, ich hab den da oben kaputtgehauen Wie hab ich das gemacht Ähm Demnächst bin ich auch wieder auf einem Spektakelum Ähm Und zwar in Dortmund Wo ich dann endlich auch mal wieder Saltatio Mortis live sehe Die hab ich dieses Jahr leider noch nicht gesehen Ja, wenn am Schluck einfach Hier ist der Laser, oder? Ich hab schon wieder den anderen Das Ding in da kaputtgehauen Diese Geschütztürme da Hm Ich find's ein bisschen traurig Dass die Musik hier sich hier nicht so viel ändert Also die Musik Finde ich relativ langweilig Ja, genau Schnapp mir meine Beute weg Geht klar Hab ich nix gegen Und wieder zurück Und ich hab das Gefühl Dass ich mal wieder ein Power-Item Vergessen 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 habe Kaputt machen Warum? Hm Hm Aber was hab ich das? Sekunde Aha Stimmt, das können wir auch noch machen Und blub Cool Und jetzt ist hier der Laser weg Aha Woher wusste ich das nur? Feil Weiter geht's Jetzt kommt ihr wieder Hm, genau Auf euch hab ich mich schon jetzt die ganze Zeit gefreut Als ich keine Zeit hatte Ah, das ist so eine Genugtuung Euch zu verspeisen Das ist unglaublich Ja Da möchte ich doch mal Ach du Scheiße Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Da möchte ich doch noch mal eben hochgehen Na gut Geh ich erstmal hier rein Aua Ich wollte da eigentlich runter Danke Machen wir es so Dann kommst du halt zu mir Auch gut Warum ist denn jetzt die Scheibe kaputt gegangen? Der stand doch nur da drauf Boah Ich hau dir aus Und dir Ich hau eurer ganzen Sippschaft aufs Auge Scheiße Scheiße Also irgendwie dauert das hier gerade ein bisschen zu lang Für meinen Geschmack Oh fuck ey Ich bin tot Ja Geile Scheiße Das macht's natürlich viel kürzer wenn ich sterbe Boah du pisst mich an Du Fettsack ey Boah bin ich episch ausgewichen gerade Jetzt will ich doch gleich Oh nochmal nach rechts Nämlich hier Deswegen laufen wir jetzt einfach eine Decke lang Ach hier sind wir dann Okay Mampfi 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 Jojo Jodidu Lecker lecker Spornbäcker Ich singe hier Scheiße Hey lustig Ich kann hier unten stehen Und dem aufs Maul gehen Musst du ja? Dann komm ich halt zu dir Und zwar richtig Wee Ähm So welchen habe ich jetzt disabled Den roten Da runter Da hoch Hop 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 Ja Geiler Anfang Scheiße Das hier ist mein 101stes Video Cool Jetzt wird's ärgerlich Jetzt wird's doof Und du bist doof Ey Ich kann noch schneller fressen Ich würde sagen Dieses Update nennen wir Großmaul Großmaul Erweitert Erleichtert Ermöglicht Erleichtert 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 Ermöglicht es uns Noch schneller Gegnerische Gegner Gibt es auch nicht Gegnerische Gegner Gegnerische Gegner Zu verspeisen Warum lag der gerade am Boden? Gott Ich möchte jetzt nicht wieder sterben Das wäre wahrlich beschissen Es geht wirklich noch schneller Ja Powerups dürfen hier jetzt eigentlich keine mehr versteckt sein Also weiter durch Ey die mag ich Die geben voll das Leben Den lass ich mal am Leben Weil ich mit sowas gerechnet habe Und mit so einem Und mit denen Ich spring einfach rein Ist mir egal Und hier möchte ich noch mal hin Genau wegen dem kleinen Heini hier Und dann hau ich Venom Vor die Voll den Sinn Und äh Keine Ahnung Hopp Hopp Der eine steht jetzt dann auch alleine Eins Zwei Noch mehr von euch Ey ich hab von euch geträumt Neben Kettensägen und Albträumen hab ich von euch geträumt Äh Kettensägen Und Albträumen Was sich überhaupt nicht ausschließt Blauer Laser Und ich darf wieder hoch Toll Das heißt ich bin im Völlig im Im Sackgasse Ich bin im Sackgasse gelaufen Scheiße Boah Oh ja Danke Mit Hansa machen mir die Fettsäcke Auch keine Angst mehr So das war der blaue Dann gehen wir mal zurück An dieser komischen Statue vorbei Viel Fraß Großmaul Und so Updates Und hier wieder hoch Und hier rüber Durch diesen menschenleeren Korridor Wo überhaupt keine Menschen mehr rumlaufen Durch das blaue Lasertor Und dir hauen wir aufs Maul Kann sein dass den Leuten die Diese Spider-Man Spiele hier erstellen So langsam die Ideen ausgehen So ein Gefühl So von wegen Überall nur Museen und so Erst Mysterious Menace Und jetzt auch hier und so Warring Hey da ist ein Laser Ups den wollte ich gar nicht töten I'm so sorry Das ist ein arschlanges Level Hab ich das Gefühl Boah warum fallt ihr denn immer runter Da kann ich euch gar nicht fressen Oh 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 der gibt mir Leben Eins Und Mampfen Schade Mjam 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 Und essen Hey ich hab die Scheibe kaputt gekriegt Die erste Scheibe in diesem Level Die ich selber kaputt gemacht hab Yo Yo Ist klar Wehe du stirbst jetzt Dann töte ich dich Boah ich hätte den so umgebracht Ey Oh Gott Ey Ja Level geschafft Endlich Das hat ganz schön gedauert Damit ist Chapter 2 geschafft Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Ultimate Spider-Man Ich bin Jawa Heizermalp Und Tschüss Schabeth Ich bin Jawa von Jawa Das hat sich Ich bin Jawa